Nachdem die Staatsanwaltschaft Wien bei Justiz-Sektionschef Christian Pilnercheck ein elektronisches Gerät sichergestellt hat, sind dienstrechtliche Schritte eingeleitet worden und der mächtige Beamte noch am gestrigen Donnerstag vorläufig suspendiert worden. Das teilt das Justizministerium Freitag früh auf Anfrage der Austria-Presseagentur mit. Nun muss die Bundesdisziplinarbehörde innerhalb eines Monats über die Suspendierung entscheiden. Vertreter der Staatsanwaltschaft Wien haben am Donnerstag auch beim ehemaligen Justizminister und heutigen Verfassungsrichter Wolfgang Brandstetter von der ÖVP ein elektronisches Gerät sichergestellt. Es geht offenbar in beiden Fällen um den Verdacht der Verletzung des Amtsgeheimnisses im Zusammenhang mit dem Heumarkthochhaus. Brandstetter hat Spekulationen, wonach er Investor Michael Teuner Informationen zukommen hat lassen, mehrfach bestritten. Pilnercheck hat sich am Donnerstag auf APA-Anfrage nicht äußern wollen.